Hallo zusammen, ich bin Noah. Hallo zusammen, ich bin Talessia. Wir machen die Lehre als Hörsystemakustiker bei der Firma Amplifon. Und wir möchten euch heute gerne mehr über unseren Arbeitsalltag zeigen. Bei der dreijährigen Ausbildung zum Hörsystemakustiker dreht sich alles um das Thema zu hören. Als Hörsystemakustiker hilfst du Menschen dabei, die Emotionen oder die Klänge neu zu entdecken. Du ermittelst in Tests, die genau die Stärken und Schwächen des Gehörs deiner Kunden liegen. Soll eine Schwerhörigkeit vorliegen, beratest du sie und entwickelst massgeschneiderte Lösungen. Abgerundet wird deine Tätigkeit durch kaufmännische Aufgaben, wie beispielsweise die Abrechnungen mit den Versicherungen. Die Arbeit als Hörsystemakustiker ist eine Kombination aus Technik, Beratung und Verkaufs- sowie Administration mit viel Kundenkontakt. Durch unsere Arbeit kann man dem Kunden helfen und ihm einen Teil der Lebensqualität zurückgeben. Die Voraussetzungen für die Ausbildung zum Hörsystemakustiker sind Interesse an Hightech-Produkten, sowie handwerkliches Geschick und technisches Verständnis. Du solltest Freude am Umgang mit älteren Menschen haben und einfühlsam sein. Dazu solltest du auch ein Flair für Zahlen haben. Jetzt du ein Aperzut von der Formation von Audioprothésist, wenn wir uns egalen dein Interesse haben, kannst du jetzt einmal für eine Anwärtsung für eine Dessai- und Amplifond sein. Bis zum nächsten Mal.